Der Bruder darf sich danach nie wieder blicken lassen. Warum lässt sie die Sachen aus dem Gym mitgehen? Er hatte großen Hunger, wenn er weiterläuft. Wenn man einen Korgummi in der Schule dabei hat. Er hatte schon Angst, dass es keiner gesehen hat. Wenn der eine Homie endlich kochen kann. Jooo, sind das nicht die Neuen? Der Bruder wurde so verarscht. Jeder hat das früher gemacht, sobald der Homie on kam. Der Dorfalltag in Deutschland. Da steht man morgens auf und hat nichts Schlimmes. Da ist einfach eine Rehe im Pool. Der Bruder wollte einfach kein Schiedsrichter mehr sein. Wenn sie sagt, sie steht auf Türken. Die Arme wollte doch nur filmen. Wenn das Essen so gut ist, dass ihr so ein Gespräch habt. Wenn dein Homie Höhenangst hat. Yes, take me down, please. Take me down, pal. Chill. Why are you scared? Take me down. Der Elefant macht bisschen zu viele Faxen. Oh, we don't mind me here, Timmy. I'm gonna do that right now. Pablo. Der Bruder im Hintergrund hatte eigentlich schon Feierabend. It's closed. 10. What time is it? 9.59. Let me get them. Are you serious? What the? Ah! Der Bruder hatte keinen Bock mehr zu warten. Hey, look. Oh my God. You're moving. You're moving. What the hell? Now I know why my packages always get too late. Look at this dude. Holy. Holy fuck. Are you good, dude? Holy shit. Er versperrt einfach die ganze Sicht. Bisschen Trampolin springen, dies, das. Sie dachte, sie hat Comedy durchgespielt. Are you all alright? Yeah. No, you're all all left. 11-Jähriges. Ich als es Parcours-Profi werden wollte. Okay. 3, 2, 1. Wenn man krank ist, aber trotzdem vorstellen muss. Wenn nur noch der Drucker im Baumarkt verfügbar war für das Flugticket. Er hat den ultimativen Powerschlag erfunden. 2, 1. Ich scho, ich scho. Ich scho, ich scho. 3, 2, 1. Baf, war am... Stell dir vor, du musst um dein Leben rennen und das ist deine Geschwindigkeit. Der Hund hat seinen Bruder gefunden. Wenn Mama sagt, da wächst du noch rein. 3, 2, 1. Sie hatte alle Augen auf sich, um dann diesen Schlag zu bringen. Sie sind bereit für den Angriff auf das Goldlager. Man kann die Kälte sogar hören. Hey, you know which one I'm picking. I'm going with the... Wie kam der Fisch in das Klo? Ed zieht seinen Job durch. Er hat gesagt, er trainiert für meine Mom. Er hat die Schuhe mit Bebeckpunkten geholt. Jo, sind es nicht die neuen? Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Der Bruder lebt in einem Cartoon. Ratatouille geht verrückt mit diesem Outfit. Niemand. Fehlte um 5 Uhr morgens. Wenn sie sagt, sie steht auf Skatboarder. Dieser eine Freund ist ein Handy älter als man selbst ist. Der Bruder hat es wohl eilig. Wenn man nicht genug Geld für ein normales Haustier hat. Wenn man mal bei schönem Wetter spielen will. Braucht man dafür überhaupt einen Führerschein? Yo, what the fuck? Yo, who the hell are you? Seit wann kann ein Auto einen Screenshot machen? Wenn beste Freunde sich umarmen. Es gibt immer diesen einen, der übertreiben muss. Na, bruh, warum ist er purple? Du trankst zu viel Lean oder so? Na, man. I'm inspired by Lean Minions, bruh. Na, what? That's crazy. Na, but do me a favor real quick. Run down your fit. Alright, man. This unreleased shirt. Jarek. Okay, okay. I like it. Wait, wait, turn around. I like the pins on the back. That's a nice one. Let's go. With each fucking any scratch without being beat. Have a good one. I got an This one done. Economist. There's one